Herzlich Willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister und heute haben wir zwei Kubackens hier auf unserem Fass, die Nummer 4 und die Nummer 3 und heute starten wir mit der Nummer 4 und zu Kubacken hast du was zu sagen. Ja, den Kubacken gibt es für 56,90 bei whisky.de im Shop. Ich war gerade bei Tomaten, denn Kubacken ist eine Marke von Tomaten und es ist eine rauchige Marke. Tomaten ist eine wunderschöne Brennerei, hat extrem viel Gebäude noch, die zur Brennerei gehören und Kubacken ist so ein bisschen ein kleines Dorf an sich, weil einfach ja so viele Arbeiter, die dann gleich in den Häusern wohnen, die neben der Brennerei sind und dort zum Arbeiten gehen und ja, wunderschön kleiner Fluss trennt die Brennerei von den Häusern. Ich war ein paar Jahre vor dir da und ich habe sie ganz anders in Erinnerung. Ich habe sie als Monster-Distillerie in Erinnerung mit 23 Brennblasen, zwei Reihen bis zum Horizont in einer riesen Halle und damals die ehemals größte Marke Whisky-Brennerei Schottlands und ein Monster. So, also zwei unterschiedliche Blickweisen, aber ich muss dir recht geben, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Man hat nämlich diese Brennblasen alle abgebaut, hat das Kupfer recycelt und hat sich von den 23 Brennblasen genau sechs übrig behalten, vier mit denen sie produzieren und zwei auf Reserve, damit sie so schnell nicht nachkaufen müssen. Ja, also jetzt sieht man so die Halle, stimmt schon, also da, wo alles im Grunde freie Fläche war, wo ich mich einfach schön herumstellen konnte und euch mal, da gibt es ein schönes Wissensvideo, was ich gedreht habe, was dann rauskommen wird. Ich glaube, es ist noch nicht ganz draußen, vielleicht ist es schon draußen und dahinter waren dann eben diese, was waren es, sechs Brennblasen und das ist Wahnsinn, was da gelaufen sein muss. Aber selbst vor dir gab es noch im Grunde noch einen Status, wo es noch mehr Moloch und größer war, denn die, wie heißt es, die Tomatenbrennerei hatte früher Kohle und deswegen ist auch die Tomatenbrennerei eine der wenigen Brennereien, die, oder damals hatten sie, weil spät hatten sie noch Kohle, die haben ihren Spirit Safe unten, direkt unten neben der Befeuerung des, wie heißt es, der Brennblasen, der Brennblasen. Warum genau, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil du musst oben gucken und nicht unten. Das ganze Personal unten zum Feuern. Ja, das heißt, du konntest schneller den Leuten sagen, weniger Kohle rein, aber du musst trotzdem noch die Leute von oben fragen, also, ja, egal. Cuboken heißt Geisterhund und es ist so, ja, es gab eine Legende, dass die Dorfbewohner von diesen Geisterhunden heimgesucht wurden, die im Moor lebten und da waren die Moorschwaden, das macht jetzt den Torf und den Torfrauch aus und nun haben sie dir den Geisterhund vom Moor als Maskottchen, als Träger für den rauchigen Charakter geholt. Ja, Cuboken habe ich vor vielen Jahren kennengelernt als allerersten stark rauchigen Whisky von Tomatyn und das war es dann auch und dann hatten wir vor zwei, drei Jahren, hatten wir Besuch von einem Brand Ambassador von Tomatyn, der zeigte dann, dass sie jetzt schon mehr Cubokens haben mit verschiedenen Fassreifungen und jetzt haben wir seit geraumer Zeit so richtig heftige Fassreifungen und der erste, dieser Cast Number Four, der ist mit den Torniport und Cognac Fässern gebraucht. Ja, nicht gefärbt, nicht grün gefiltert, 46 Volumenprozente, also dafür ordentlich was aus den Fässern mitgenommen. Ja, es ist der Cuboken Creation Nummer 4 und da bei der Creation Serie geht es, so wie es aussieht, immer um sehr interessante Fässer, aber auch was schön ist, ist immer so Mischung aus verschiedenen interessanten Fässern und ja, diesmal haben wir eben so eine kleine Anspielung auf den Antrimm Cocktail, der ist nämlich Cognac und Portwein in den gleichen Teilen, aber uns fehlt dann noch im Grunde der Spritzer Orangenbitter und Sirup mehr. Also, das ist nur eine Anspielung, ist nicht so, dass der genauso wie dieser Cocktail schmecken wird. Oh ja, der ist richtig fruchtig und gleichzeitig rauchig. Das heißt, der Rauch ist nicht so heftig, dass er nun alles hier zudecken würde. Wenn ich jetzt sagen sollte, wie stark ist der Rauch, dann sage ich mal so 20, 25 ppm, als ich es gerade das erste Mal für den englischen Take gerochen habe. Da kam mir noch wie 30 vor, aber jetzt habe ich mich an den Rauch schon ziemlich gewöhnt und wir haben wirklich diese Pflaumen Marmelade mit vielen, vielen zusätzlichen Früchten mit drin. Pfirsiche, gegrillter Pfirsich heißt es offiziell. Ja, und da drüber eine Rauchnote, die jetzt nicht so, ich sag mal stinkig ist, sondern angenehm aromatisch im Rauch ist und eine schöne, frützliche Komplexität ergibt. Ja. Ja, also ich finde ihn auch wunderschön. Er riecht so ein bisschen, als hätte irgendjemand in seinem Pflaumenbaum alle Pflaumen gepflückt, noch ein bisschen Waldfrüchte dazu und würde sie dann über am Lagerfeuer ein Kompott draus machen, wobei das Lagerfeuer stark rauchend ist. Also so fühlt sich ein bisschen an. Jetzt wird es wieder ein bisschen rauchiger. Das ist so eine rauchige Pflaumen Marmelade mit Kompott und auch noch ein bisschen so Gewürze mit drin. Aber es ist ein wunderschöner Lagerfeuerrauch. Also nicht irgendwo sowas Phenolisches oder Zynisches, sondern ein wunderschöner Lagerfeuerrauch. Voller Antritt im Mund, schön weich, samtig auf der Zunge und dann übergehend von dieser Fruchtigkeit der Tourney Fässer in die aromatische Note von den Limousin Eichenfässern des Cognacs. Die spezielle französische Eiche ist die Limousin Eiche, die hier einen speziellen aromatischen Geschmack abgibt. Ich muss sagen, Tourney Port, einer meiner liebsten Cognac. Nicht so mein Ding. Und hier gemeinsam gibt es doch schöne Experience, schöne Entwicklung des Whiskys bis hinein in den Abgang, wo sich die Cognac Fässer dann ein bisschen stärker zeigen. Wunderschöner Geschmack. Hat mich auch wahnsinnig abgelenkt gerade, dass ich gerade den Kameras nicht nahe komme. Er ist so rauchig und rund. Also ich finde ihn schön ausgeglichen. Er hat nicht so eine riesige Komplexität bis jetzt, aber er hat so die die Intensität an Rauch und Fruchtigkeit, die gibt sich eine richtig schöne Balance. Und noch ein gepaart mit so ein bisschen Würzigkeit. Finde ich richtig klasse. Der Whisky hat keine Altersangabe. Die Rauchigkeit würde jetzt auch eine eventuelle metallische Jugend ziemlich überdecken. Ich sehe aber die Jugend nicht, so dass ich schon von sieben, acht Jahren Alter ausgehe. Und dann dazu diese Fass-Auswahl, das bringt schon Komplexität zusammen, so dass aus meiner Sicht mit dem nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozente, die Fässer, dass dann die 56,90 als Preis schon in Ordnung gehen. Ja, mit der Qualität zusammenpasst. Ja, passt. Schönes Teil. Also kann man machen. Ich hätte ihn jetzt eigentlich auch bedeutend rauchiger erwartet. Der alte war auch. Ich glaube, der alte war es auch. Kann auch ein bisschen Subjektivität sein. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich bin vor allem gespannt. Wir haben extra den Vierer am Anfang genommen, weil wir mit den Rye Cars und was war da noch alles drin? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon und Roggen, also Rye Whisky Fässer, haben wir uns gesagt, der ist bestimmt besonders intensiv. Und den nehmen wir dann einfach mal gleich als zweiten in der Reihenfolge, damit wir nicht hier beim ersten noch den zweiten schmecken. Ja, schöne Geschichte. Schaut einfach mal im Shop vorbei bei whisky.de. Da gibt es diesen Q-Bocken Creation Number Four. Gibt natürlich auch die andere noch und ganz viele andere Q-Bocken. Guckt einfach mal durch. Q-Bocken ist wirklich eine interessante Marke. Ja, das war's. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.